Einladen, kann er mich auf Pyramid ansonsten notfallen. Holy shit, holy motherfucking goddamn shit, vielen, vielen Dank für deinen unglaublich krassen Host, what the fuck, mate, what the kutcher, what the fuck, ich bin out, boys, ich bin out, ich bin out, ich bin out, ich bin out, da kommt ein Host mit 1700 Views rein, ja, alles klar, willkommen an alle, what the actual fuck is going on, alles klar, Wow, 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 das ist gerade übertrieben krank, alles klar, 919 Views, was ist denn los, the rate is real, boys, einfach nur krass, vielen, 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 vielen Dank, wirklich, sehr nett, Alter, das ist so krass, wow, 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 ich gönn mir sowas von, ich hab da nur gerade jetzt gönn dir mal gelesen, Alter, ähm, wow, in der Bonk, äh, zieh in der Bonk, er macht einfach Slow-Mo rein, ey, hau den Slow-Mo draus, das ist schön, ich find sowas nice, Ich dachte mir inга eben im Chat irgendwas mit, blablabla, ähm, irgendwas 1700, ich dachte grad so, was ist das denn jetzt schon wieder von trollen, hier mit, ich haaste, made it 1700 Euro, weißt du, hast ja häufig, an den steht einfach Host, Alter, wow, 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 Future Nerds eskaliert jetzt erstmal rein, danke an deinen Host Bishop, danke Kaioko oder irgendwie sowas, ich, wow, wow, haha, wow, haha, gerade bisschen, bisschen too macho mies, äh, Kai Kuka, vielen Dank auch an dein Follower und Lutera seh ich da oben schon, moin! Wow, krass Leute, nice Mucke, du isst einfach so eine Spotify Playlist, so 16 Stunden Playlist, die ich gerade durchlaufen lassen, so eine Gaming Playlist, keine Ahnung, ich bin zu ver, um eine eigene zu machen, doch ich habe eine eigene, die geht nur 20 Minuten, ähm, die Rande ist, danke für den Fallen, Follow, Simtex, Sir, Pixlau, alle, vielen Dank, also Twitch, ja, das rafft das gerade alles gar nicht, was soll ich jetzt Party machen? Ähm, ich bin am Googlen, ähm, ja, Google, ich glaube, du solltest es jetzt mal tun, Strohhut2k, moin und willkommen auch, und danke für dein Follower, dass ich jetzt auch alle Follower durchlese, falls ich irgendeinen übersehe, oder Twitch oder irgendeine nicht rafft, es tut mir leid, ich danke euch auf jeden Fall trotzdem alle, mein Bot eskaliert auf jeden Fall auch gerade rein, schweiß es halt so, danke für deinen Follower, haha, schöner Name hast du das, wow, get pushed, ja natürlich get pushed, das ist wahrscheinlich auch total unverliert, dass ich jetzt viel mal wie ich so einen Push bekomme, aber trotzdem vielen, vielen Dank, wow, ich bin, wow, ich bin hype, jetzt, jetzt bin ich wieder wach, danke schön, haha, so jetzt könnt ihr alle mir übrigens, wollt ihr euch nicht in die Party eingeladen, ich wurde auch noch nicht in die Party eingeladen, lesen Boys, ähm, das ist gerade echt ein Tumatrum, ähm, wenn man ja da gucke, sehe ich da, einen Killer Katze, ein Killer Katze auch ein schöner Name, haha, viel Dank auch an Eure ganzen Follows und auch an Flipper Und why, why, why Womit habe ich das gedient Penzo Kutscher, das ist ein LOL-Streamer Und eine wahre Legende Also ohne jetzt jemanden zu beleidigen Ich kenne mich mit LOL gar nicht so gut aus Ich kenne mich mit LOL eigentlich umsetze überhaupt nicht aus Freunde von mir haben das Immer gespielt und ich war irgendwie nie dazu gekommen Ich habe es irgendwie immer mal gedownloadet Und dann mal wieder nicht gespielt Nee, oder? Ich so nix, danke schön auch für deinen Follow Oder irgendwie sowas Der Pater auch danke an deinen Follow Ich habe einen Link geschickt, aber okay Das wird der Bot nicht zu So, jetzt hier Kannst du mich auch mal perfecten googeln Kaski, moin auf Wow Wow Da sind die 500 Views einfach mal real Das geht jetzt erstmal direkt in die Snapchat-Stories An alle meine Boys hier Das muss man jetzt einfach mal gerade feiern Das ist einfach krass Wow Da ist ein Set Übertrieben Krank, krank, krank Ähm Ja, der nächste Lobby hier rein join Ralf-Erik, genau Kannst du mich an der Permabahn Alles klar, alles klar Wurde, fuck der Bot Ja, der Bot darauf gar nichts mehr Ich könnte jetzt auch ausscheiden Ich glaube, das ist das Beste Mach ne Welle Komm Ey Und jetzt sind die Mates von mir aus der Klasse alle off, Mann Das wird mit Wow Und dann alle die gerade irgendwas rein spammen Ey und Dankeschön alle, dass ihr da seid und vielen, 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 vielen Dank auf jeden Fall Und diesen unglaublich genialen Host Das ist wirklich Jetzt kriegst du auch nochmal von dem CS-Pro-Player das Video hier Auf jeden Fall Scheiß, er ja, er geht anscheinend Scheiß, er ja Alles klar Wow Alle mal alte 4, genau, alle mal alte 4, jetzt habt ihr auch mich genug gehyped Eigentlich bin ich gar nicht so ein guter Streamer, jetzt könnt ihr auch wieder gehen Nein, alles gut, bleibt ihr Leute, das war ein Spaß Smoke weed everyday, ja, jetzt kann ich jetzt eigentlich als Dauersounder machen, ne Ähm Vielleicht kommen die Donations, ja, Club Donations Wow Wow, ich bin gerade Das ist too much von mir, Alter Also oben habt ihr den Bot auf dem Fall Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt genau Wie den Streamer-Boss oder so heißt es ja, glaube ich Habt ihr auf jeden Fall mal down Auf jeden Fall nicht für den Streamer-Way Freut ihr nicht mit, aber Bald ist das Wow, ich bin zu überfordert, irgendwas aufzupicken Achso, verdient den Host Ich weiß nicht, ob ich den Host verdient hab Ähm Ich bin in meiner Meinung, dass ich gar nicht so ein guter Streamer bin Ähm, aber Ich sag auf jeden Fall nicht nein dazu Um mal ganz ehrlich zu sein Welchen Rang bist du in CS-Pro? Ich bin momentan nur LE Ähm, hab aber relativ lange Gut, ich weiß Ähm, sagt immer nicht viel aus Ähm, nein, ich bin in Damage-Liga Aber ich hab dieses Spiel schon mal studiert So ein bisschen, so mehr oder weniger So zu meiner Verteidigung Also man kann ein Spiel doch ein bisschen genauer Ja Dankeschön für eure ganzen Follows, die gerade reingekommen sind Ich hab, also, ich seh nur noch Wildmoppet Best with Yasuo Und den seh ich dann noch so Ne, den mehr seh ich nicht Ja, das war's auch Mehr seh ich grad nicht mehr, es tut mir leid Ich, das ist, äh Nicht mal ne Liga an Streamern mit 500 Views Bin eher so einer, der sich mal über 10 Views freut Ähm, deswegen Äh Übermacht den Meister, Leute Bist der erste Platz in Minecraft Germany? Ich bin der erste Platz hier in Minecraft Germany Dann gibt's jetzt erstmal hier PvP Pros Hier, seht ihr Easy Kill Easy Gutschka Wow Dann auf jeden Fall Hallo, Minecraft Germany Willkommen Das ist übertrieben Womit hab ich das verdient? Erstmal 10 Euro auf Rot Vergess mich nicht Leute, ähm Ich hock noch auf Silber rum Hab ich auch gerade irgendwo gelesen Was ein Push für dich Das ist unglaublich krass Ich hock auf Silber fest Ähm Grundsätzlich, ähm Einfach weiterspielen Jeder war mal nicht Ich bin auch nicht gleich LEA eingerankt worden Das ist ja auch normal Ähm Das ist ja einfach normal Trainieren, trainieren, trainieren Ein bisschen spielen Nur durch Spielsamerfahrung schaffst du Ich hab nen Chat-Fan Und ich weiß immer noch nicht warum Ähm Ist doch ein nice Weihnachtsgeschenk Ein unglaublich schön Ein unglaublich geniales Weihnachtsgeschenk Vielen, vielen Dank Das ist Wow Der freut sich Der Junge, der Tom Der freut sich gerade so Oh mein Gott Es ist gerade Also Ich hab einmal ein Host mit 20 Viewers Bekommen Ich kann nicht mehr reden Es war Das war so krass Aber jetzt Mit 1795 Views Wahrscheinlich Sind ja auch noch ein paar Von gar nicht damit zugerechnet Irgendwie sind es 1900 100 gewesen 1900 Views Was ist CSGO Counter-Strike